Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch jedes einzelne Lego Star Wars Set, welches jemals zu Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, erschienen ist. Das Ganze habe ich auch schon mit anderen Episoden gemacht. Die findet ihr hier oben natürlich auch nochmal in der Ecke verlinkt, falls euch das näher interessiert. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein mit dem ersten Set und zwar ist das die 7128, das sind die Speederbikes. Auf Endor natürlich mit drei Minifiguren mit dabei und 93 Teilen. Ihr seht hier, das ist die Szene mit den Speederbikes, die hier halt nachgestellt wird. Damals bestanden die Speederbikes noch aus einzelnen Steinen, die zusammengesteckt werden. Zwischendrin, das werden wir wahrscheinlich hier gleich auch noch oft genug sehen, gab es dann auch solche Fertigteile, zumindest für den hinteren Teil von dem Speederbike. Ich mag die Brickbuild-Variante persönlich eigentlich ganz gerne. Für damalige Verhältnisse stelle ich mir als Kind ziemlich cool vor, wenn man mit Lego gespielt hat und auf einmal die ganzen Star Wars Sachen dazukommen und dann halt auch noch Speederbikes dabei sind. Aus heutiger Perspektive ist es natürlich, ja, kalter Käse. Aber die Luke Skywalker Minifigur, die hier mit dabei ist, ist tatsächlich bis jetzt heutzutage immer noch exklusiv. Damals auch noch mit grobfarbenem Lichtschwert. Und dann ist hier noch so ein bisschen Minecraft mit dabei, wie auch immer so eine kleine Pflanze, die dann halt einen Baum darstellen soll. Ja gut, gut. Hier haben wir dann das Desert Skiff, die 7104 aus einem Jahr später, 2000. Hat heutzutage ungefähr einen Wert von 36 Euro, wenn ihr es noch im Neuzustand habt. Für die 55 Teile, die hier mit dabei sind, gar nicht so schlecht. Zwei Minifiguren, Luke und Han, die sind tatsächlich beide auch exklusiv in diesem Set. Und klar, das Desert Skiff, was jetzt hier mit dabei ist, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das verliert natürlich genau los gegen die anderen Desert Skiffs, die gleich noch hier folgen werden auf dieser Liste. Aber schaut mal hier oben in die Ecke, da sehen wir das alte Star Wars Logo, das alte Box Art. Das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass es irgendwann nochmal, was weiß ich, zum 30-jährigen oder 25-jährigen Jubiläum von Star Wars nochmal so Retro-Kartons gibt, die dann so in der Art auch aussehen. Würde mich freuen. Dann haben wir die 7134, den A-Wing Starfighter, ebenfalls aus dem Jahr 2000. Und ja, sieht ein bisschen so aus wie die heutigen 4-Plus-Sets, muss ich ehrlich gesagt zugeben. This didn't age well, würde man dazu sagen. Dann auch noch mit den gelben Köpfen mit dabei, wenn da jetzt nicht Star Wars draufstehen würde, könnte man es, denke ich, auch in irgendeine andere Themenwelt mit einordnen. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter drüber zu reden. Aber tatsächlich ist es so, dass die beiden Minifiguren, die hier mit dabei sind, nur in diesem einen Set mit enthalten gewesen sind. Dann haben wir den B-Wing Starfighter at Rebel Control Center. Da sind insgesamt 338 Minifiguren mit dabei. Eine davon ist exklusiv in diesem Set. Das ist natürlich hier der Pilot, der vorne drin sitzt. Der B-Wing Starfighter an sich ist okay. Also dafür, dass er so alt ist, muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Das Cockpit kann sich natürlich hier vorne auch drehen. Gut, an ein paar Stellen sieht man noch so eine Technikachse, die da rausguckt. Und klar, heutzutage würde das alles viel besser aussehen. Aber hier ist immerhin noch so eine kleine Command-Base mit dabei gewesen. Natürlich auch relativ minimalistisch, aber zum Spielen, glaube ich, auch noch ganz gut geeignet. In 2001 haben wir dann nochmal Endor besucht mit der 7127, dem Imperial AT-ST. Dort saß dann Chewbacca drin. Und der AT-ST, der hatte auch eine interessante Konstruktion hier für seine Beine. Ihr könnt sehen, das sind so zwei Liftarme. Da könnt ihr die dann halt nach vorne oder nach hinten machen. Und dementsprechend bewegen sich dann halt auch die Beine. Ich muss sagen, ich bin eigentlich mit der heutigen Variante, die ganz starr ist, also das war die letzte Variante vom AT-ST, damit bin ich eigentlich ganz zufrieden gewesen. Aber gut, die hier ist, denke ich mal, auch ganz okay. Oben sitzt halt noch eine Chewbacca-Minifigur mit dabei. Weiter geht es mit dem Imperial Shuttle. Und nein, das ist nicht das Shuttle aus 2021. Auch wenn ihr es gerade vielleicht für einen Moment lang gedacht habt. Das ist das Shuttle aus 2001. Das ist ein Shuttle mit dem Emperor, der mit dabei gewesen ist. So wie dann zwei Royal Guards. So wie dann auch noch den Piloten, der hier am Start ist und dort drin sitzt. Ich muss sagen, der Emperor mit dem gelben Gesicht, ja, ich weiß, gelbe Gesichter waren damals halt so eine Sache. Aber warum macht man den Emperor mit einem gelben Gesicht? Das sieht irgendwie sehr, sehr weird aus. Ich bin froh mit der Variante, die wir heutzutage bekommen haben. Aber das Imperial Shuttle, ihr seht hier mit diesen Grautönen, die oben mit dabei sind. Dann haben wir hier diese drei Flügel, die da noch am Start sind. Die können natürlich auch einklappen. Das ist ja jetzt quasi selbstverständlich. Ist eigentlich auch eine solide Variante des Shuttles, muss ich sagen. Gerade wenn man es jetzt hier bedenkt, dass das Ding damals 35 Dollar gekostet hat. Das heutige Set kostet, glaube ich, in den USA 70 Dollar. Also auch schon doppelt so viel und gar nicht so ein großer Unterschied in der Größe. Aber an der Steineanzahl merkt man es natürlich schon. Dann haben wir ein weiteres Set auf Endor. Und zwar ist es das Ewok Attack Set. Und das gefällt mir tatsächlich richtig, richtig gut. War auch das erste Mal, dass wir wirklich Ewoks in einzelnen Star Wars Sets bekommen haben. Die hatten damals einen komplett neuen Mold. Da ist auch kein einzelner Kopf unter diesem Mold für die Ewoks. Das ist einfach so direkt zum Aufstecken auf den Hals der Minifiguren. Da ist ein Katapult mit dabei. Auch das Katapult werden wir gleich noch diverse Male wiedersehen. So wie dann ein weiteres Speeder Bike. Dann wieder mit dem Bikerscout und noch einem einzelnen Stormtrooper. Die beiden letzteren sind natürlich nicht hier exklusiv drin. Aber die beiden Ewoks gibt es bis jetzt nur in diesem Set. Genauso wie dann auch diese Flügel, die hier für den Ewok-Gleiter verwendet werden. Sehr spannend ist natürlich auch diese Bautechnik für die Flügel. Da könnt ihr sehen, das sind Angeln. Jetzt kommen wir zu zwei der genialsten Star Wars Sets aller Zeiten, meiner Meinung nach. Und zwar die 7200, das Final Duel 1. Dort haben wir den Emperor wieder mit seinem gelben Gesicht und dann halt Vader am Start. Beide natürlich mit einem Cape, der Emperor mit einer Kapuze. Super coole Teile damals gewesen für mich zum Spielen. Und dann halt auch noch dem Hintergrund. Das ist ein Cockpit von einem TIE Fighter, das hier verwendet wird. Und dieses Ding ist damals für 7 Dollar erschienen. Ich weiß nicht genau, wie viel Euro das bei uns gewesen ist. Auf jeden Fall finde ich das genial, dass man so einfach diese beiden Minifiguren damals bekommen hat. Und genauso gut hat er natürlich auch doch das Final Duel 2 zugepasst. Mit 26 Teilen und drei Minifiguren. Mit Luke Skywalker, mit dann auch noch einem Stormtrooper und einem imperialen Offizier. Auf einem Gang oder sowas. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Das lässt sich auch nicht so wirklich mit dem anderen Set verbinden. Dieses meiner Meinung nach geniale System setzt sich dann auch noch bei weiteren Sets aus dem Jahr 2003 fort. Dort haben wir dann einmal die 4-4-7-5 Jabba's Message. Dort haben wir Bib Fortuna am Start. Sehr, sehr coole Minifigur. Auch heutzutage, muss ich sagen. Gab natürlich nochmal ein Remake von der Figur. Aber dann auch noch C3PO und R2-D2. Die gab es auch noch in einem anderen Set zur Episode 4 gerade. Deshalb sind die jetzt vielleicht nicht ganz so gefragt. Aber die Bib Fortuna Minifigur ist halt schon cool. Und dann halt das Eingangstor zu Jabba's Palast. Den werden wir gleich auch noch sehen. Mit dieser Kamera dann auch noch vorne dran. Wie cool ist das denn bitte? Und passend dazu gab es auch noch das Jabba's Price Set 4-4-7-6. Dort dann noch viel besser. Ein Gamorrean Guard. Den kennt ja jeder aus dem Videospiel. Die konnten einfach mit ihrer Axt oder was auch immer die da an der Hand haben, die Laserstrahlen blocken. Vollheftig. Und dann auch noch einer einzelnen Boba Fett Minifigur. Boba Fett ist ja damals auch schon cool gewesen. Deshalb auch hier schön den für 7 Dollar zu bekommen. Und auch noch der in Karbonit eingefrorene Han Solo ist hier mit dabei. Der hängt dann hier an dieser Art Statue. Und ihr könnt ihn natürlich auch dann nach unten lassen. Denn das macht natürlich auch Sinn. Es gab noch ein größeres Set mit Jabba's Palast, was ihr dann mit diesen beiden kleineren Sets verbinden konntet. Die 4-4-8-0. Double 231 Teile mit dabei. 6 Minifiguren, von denen tatsächlich 5 auch exklusiv in diesem Set dann wirklich sind. Im Highlight hier dieser eine Droide, der hier unten mit dabei ist. Dann natürlich der Gong-Droide mit einer bedruckten Platte vorne dran. Einer der wenigen Gong-Droiden mit einer Bedruckung tatsächlich. Und dort oben haben wir dann halt auch nochmal Lea in ihrem Sklaven-Outfit. Und Jabba ist dann hier auch noch seinen Frosch. Was jetzt hier natürlich fehlt, ist der Rancor. Ihr seht, die Falltüre ist da. Aber Luke kann dann halt nur eine Etage tiefer fallen und wird dann halt nicht irgendwie angegriffen oder aufgegessen oder sowas. Und von außen sieht das Set natürlich auch nicht so gut an. Hier ist leicht so ein Dach oben angedeutet. Das Set, was aber gleich noch folgt, hat das schon wesentlich besser gemacht. Dann haben wir ein weiteres Imperial Shuttle. Und zwar die Imperial Inspection. Ihr seht, das Shuttle sieht relativ ähnlich aus zu dem Set, welches wir vorher schon einmal gehabt haben. Hier liegt der große Unterschied allerdings in den Minifiguren. Und ich sage euch, das sind echt schöne Minifiguren, die jemals mit dabei gewesen sind. Zwei Imperial Guards, die unterscheiden sich nicht groß. Dann haben wir hier noch verschiedene Offiziere, die dann auf dem Todesstern unterwegs sind. So wie dann, haltet euch fest, diese bedruckten Stormtrooper. Die haben hier bedruckte Hosen mit dabei. Die sind wirklich nur in diesem Set. Ich habe keine Ahnung, warum Lego die damals in dieses Set reingehauen hat. Aber die bedruckten Hosen sind nur hier mit dabei. Weird, muss ich sagen. Und dann halt noch so ein bisschen mehr, was dann halt im Hangar rumsteht. Und obwohl die jetzt hier nicht auf dem Bild zu sehen sind, ist hier auch noch einmal Vader am Start. Genauso wie dann Emperor Palpatine. Und Palpatine hat dann hier auch endlich ein Gesicht bekommen, welches einen grauen Hautton hat. Und nicht mehr diesen gelben von vorher. Gleiches seht ihr hier natürlich auch mit den beiden Offizieren, die noch im Set mit enthalten sind. An der Stelle fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, was ist mit den UCS-Sets zu Episode 6. Zu den UCS-Sets und den Möchtegern-UCS-Sets habe ich schon ein eigenes Video gemacht. Das findet ihr hier nochmal verlinkt. Das könnt ihr euch gerne angucken. Da habt ihr dann alle UCS-Sets in einem Video. Hier geht es wirklich nur um die Spiel-Sets. Dann haben wir einen der wenigen TIE Interceptoren mit 212 Teilen. Hier jetzt diesmal in blau mit einer Minifigur, einem Piloten, der natürlich auch noch in einem anderen Set mit dabei gewesen ist. Also nicht exklusiv hier drin. Aber so einen TIE Interceptor nochmal neu auflegen, den gab es ja letztens schon mal in einer roten Farbe. Hat mich jetzt nicht so ganz angesprochen, aber in blau für so 30 Euro würde ich es vielleicht doch nochmal gerne kaufen. Hätte sich auch gut angeboten für Lego, dass sie das Ding nochmal mit dem Squadrons-Videospiel auf den Markt bringen. Aber ist halt jetzt nicht passiert. Denke ich auch nicht, dass es in naher Zukunft nochmal irgendwie wieder passieren wird. Endlich gab es dann auch einen A-Wing Starfighter, die 6207 mit 194 Teilen und zwei exklusiven Minifiguren in diesem Set. Gut, die Minifiguren würde ich jetzt nicht als Highlight bezeichnen, sondern dass dieser A-Wing Starfighter mal richtig gut aussieht. Also im Vergleich zum letzten ist es hier wirklich ein riesiger Sprung gewesen. Allein jetzt hier, dass das so vorne den Schwung mitbekommt, das sind natürlich da wahrscheinlich neue Teile zu der Zeit gewesen. Ja, da bin ich schon relativ zufrieden mit und auch der Preis von damals 16 Dollar finde ich ist sehr okay. Da gibt es noch andere A-Wing Starfighter, die wir gleich sehen werden, die wesentlich teurer gewesen sind. Dann haben wir die 6208, den B-Wing Fighter. Auch hier sieht man, dass er sich wirklich verbessert hat. Das Cockpit sieht besser aus. Gerade auch hier dieser mittlere Bereich sieht echt gut aus. Unten auch die beiden Flügel, die man halt aus- und einklappen kann, sehen auch wesentlich besser aus. Der B-Wing Starfighter war immer so ein bisschen weird, aber irgendwie dann auch cool. Genauso würde ich das hier mit diesem Set auch beschreiben. Zwei Minifiguren sind mit dabei gewesen und beide Minifiguren aus diesem Set sind tatsächlich auch exklusiv bis heute in dem Set erhältlich. Dann ein Set, welches ich mir damals wirklich sehr gewünscht habe. Da habe ich meine Hausaufgabenpunkte, wollte ich darauf sparen. Wenn ich meine Hausaufgaben ordentlich gemacht habe, dann gab es aber Punkte von meiner Mutter. Die haben natürlich bei weitem nicht ausgereicht für so ein großes Set. Das hier ist die Sailbarge von Jabba mit 781 Einzelteilen, acht Minifiguren und einer wirklich schönen Sailbarge. Bis heute bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich jetzt diese Sailbarge oder die neuere Version der Sailbarge lieber mag. Aber das könnt ihr gleich selber bewerten, wenn wir zu der neueren Variante kommen. In dieser hier ist dann tatsächlich noch die Sarlacc-Krube mit dabei gewesen, so wie ein weiteres Desert-Skiff. Auch bei dem Desert-Skiff sieht man wirklich, dass es wesentlich besser geworden ist im Vergleich zur letzten Variante. Und dann halt die Segelbaracke. Bis heute gefällt mir das Design echt, echt gut. Diese einzelnen Klappen kann man hochklappen. Dann guckt da Jabba raus mit Lea. Diesmal Lea in ihrem, naja, richtigen Hautton quasi. Dann geht das hier noch weiter nach oben. Da haben wir noch so eine große Laser-Kanone drauf. R2, D2, diese beiden Segel, die da noch am Start sind. Und dann halt natürlich auch Boba Fett, wie er hier durch die Gegend fliegt. Zwei der Minifiguren gibt es noch in anderen Sets. Sechs der Minifiguren sind exklusiv nur in diesem Set erhältlich, in dieser Variante. Jetzt haben wir einen weiteren AT-ST. Diesmal ist der AT-ST dann wirklich auch mit einem Piloten gekommen und nicht mit Chewbacca. Finde ich persönlich besser, wenn er mit einem Piloten kommt, weil eigentlich hat man irgendwann auch, wenn man ein bisschen länger Star Wars sammelt, auch eine Chewbacca-Minifigur. Wie auch immer, der sitzt hier oben drin. Der AT-ST ist nochmal wesentlich größer als der letzte. Wirkt immer noch so ein wenig blockig. Gerade wenn man jetzt die neueren AT-STs kennt, bei denen dann halt die Plates in verschiedene Richtungen angeordnet sind, dass sie so ein bisschen schräg wirken und halt dem Ganzen eine schönere Form geben. Trotzdem, auch für damalige Verhältnisse bin ich eigentlich ganz zufrieden mit diesem AT-ST-Walker. Auch nett finde ich bis heute immer noch die Bautechnik hier mit dem Fernglas an der Seite für die Laserkanone. Ach ja, und eine weitere Neuerung in diesem Jahr 2007 sind hier diese neuen Blaster gewesen. Die wurden mit dem Clone Troopers Battle Pack eingeführt. Auch die gefallen mir bis heute sehr, sehr gut. Weiter geht es mit einem Set, welches ich bis heute leider noch nicht in der Hand gehabt habe, aber unbedingt mal reviewen möchte. Das hier ist der Home One Mon Calamari Star Cruiser. Dieses Set ist eigentlich ein Kreuzschiff der Rebellen, allerdings von innen. Das heißt, wir haben hier einmal den Hangar mit einem A-Wing mit dabei und dann auch noch einem Kran oben am Start. Den Kran, den könnt ihr so nach rechts und nach links bewegen und dann hinten den Motor oder den Antrieb vom A-Wing Starfighter herausholen. Auch hier muss ich sagen, ich bin mit dem Look von dem A-Wing Starfighter für die damaligen Verhältnisse eigentlich sehr zufrieden gewesen. Dann sind hier auch noch verschiedene Mon Calamari natürlich mit dabei gewesen. Nicht zu vergessen, hier oben Admiral Ackbar auf der Brücke. Ach, was für einen schönen Anblick hier oben auf der Brücke. Wäre natürlich noch cool gewesen, wenn es in einem richtigen Kreuzer drin gewesen wäre. Und dann halt auch noch der Projektionsraum hier mit dem Todesstern-Hologramm in der Mitte. Mon Mothma ist hier auch noch mit dabei. Viele exklusive Minifiguren. Sechs Figuren sind insgesamt dabei. Fünf von den Figuren sind exklusiv bis heute nur in diesem Set. 150 Euro, die das damals gekostet haben hat, ist es aber auch schon, damit ist es aber auch schon sehr, sehr teuer gewesen. Und es war auch exklusiv bei nur bestimmten Partnern erhältlich. Anschließend haben wir die 8038, das Battle of Endor. Eines meiner absoluten Lieblingssets. Die Kombination aus dem Bunker, dem ATS, die da hier mit dabei ist, den beiden Speederbikes, dem Gleiter, der noch am Start ist, den Minifiguren. Das ist damals echt was sehr, sehr Cooles gewesen. Insgesamt zwölf Minifiguren zum zehnjährigen Star Wars Jubiläum damals erschienen. Auch im freien Handel, also auch bei mehreren Händlern. Und bis heute ist es tatsächlich der einzige Endor-Bunker, der jemals erschienen ist. Auch noch mit einer einzelnen Sprengfunktion. Ich habe schon zu dem Set ein einzelnes Review gemacht. Falls euch das nochmal näher interessiert, verlinke ich gerne auch nochmal hier oben in der Ecke. Jetzt haben wir hier einen Polybag, das Imperial Speeder Bike. Das ist damals in UK in verschiedenen Magazinen drin gewesen. Und in den USA bei Toys R Us wurde das für einen Preis von vier Dollar verkauft. Für vier Dollar eine Stormtrooper-Minifigur. Das ist ganz okay. Leider hat er jetzt hier keinen Blaster mit dabei gehabt. Aber dafür sind hier hinten zum Beispiel so Speere verwendet. Das fand ich immer ganz lustig. Bei uns in Deutschland ist es leider nie wirklich verfügbar gewesen. Also es hat auch nicht sich jetzt gelohnt, dieses Polybag für mehr als zehn Euro bei Ebay zu bestellen, um dann halt einzelne Stormtrooper zu bekommen. Jetzt haben wir noch ein Set, aus dem ich nie so wirklich schlau geworden bin. Das ist das Ewok Attack Set. Damals für 30 Euro dann erschienen mit drei Minifiguren. Bis heute ist auch noch eine exklusiv in diesem Set. Das ist hier Tokat, der Ewok, sowie dann Lograi. Der wurde dann mit diesem Set auch eingeführt. Sowie dann ein einzelner Biker-Scout mit auch noch einem Speeder-Bike am Start. Und dann einen so einem Baum. Und dieser Baum, der sieht irgendwie aus, als ob der oben ein Brett auf den Kopf bekommen hätte. Oder ein Baum kriegt ein Brett auf den Kopf. Sehr, sehr lustig. Ich weiß. Der Baum ist einfach weird. Das ist einfach nur so ein großer Klotz aus verschiedenen Steinen. Der hat ein paar Spielfunktionen. Ihr könnt zum Beispiel so ein Brett rausfahren lassen, dass der Biker-Scout gegenfährt. Oder ihr könnt auch noch ein kleines Versteck ausfahren, wo dann die Ewoks sich drin verstecken. Oben ist auch noch ein Katapult drin. Aber der Baum sah einfach komisch aus. Und für 30 Euro war mir persönlich das Set damals auch viel, viel zu teuer. Ein weiterer Pulleyback ist dann hier der AT-ASTE. Dieser hatte dann leider keinen Print mehr hier vorne auf diesem Flaggenteil drauf. Ansonsten aber auch ein schöner Pulleyback. 2012 ist dann das erste Jahr gewesen, in dem Lego die Battle Packs teurer gemacht hat. Auf den Preis von 16,99 Euro erhöht. Da gab es dann hier das Endor Trooper and Imperial Trooper Battle Pack. Auch gab es hier zum ersten Mal dann zwei Gegenspieler. Also quasi zwei Imperiale und zwei Endor Trooper in einem einzigen Battle Pack. Normalerweise musste man immer zwei Packs kaufen, um jetzt halt verschiedene Truppen zu bekommen. Ich fand es eigentlich ein ganz solides Battle Pack. Aber auch hier sah der Baum ein wenig weird aus. Hier haben wir dann ein Set, welches mir schon damals zu teuer vorgekommen ist. Das ist das Desert Skiff. Für 30 Euro ist es damals erschienen. Mit Luke Skywalker mit dabei. Mit Keith Haba mit dabei. Lando Calrissian in seiner Verkleidung. Und auch noch einmal Boba Fett. Boba Fett, der ist damals in dieser neuen Variante. Also ja, für mich ist das neu mit diesem Helm, der er jetzt gerade da anhat, schon vorher in der Slave One herausgekommen. Hier jetzt aber auch noch mal billiger in diesem Desert Skiff mit dabei. Damals State of the Art war das beste Desert Skiff, was Lego jemals herausgehauen hat. Natürlich mit der Planke, mit dem Flickfire Missile unten dran. Und auch noch dem Sarlacc Pit, wo ihr eine einzelne Minifigur reinstellen konntet. 30 Euro waren wie gesagt viel für meinen Geschmack. Aber es kommt noch viel, viel teurer im nächsten Jahr. Nun kommen wir zur Neuauflage von Jabba's Palast. Für 140 Euro habt ihr hier gerade mal 717 Steine bekommen. Zugegeben, das Set an sich war nicht wirklich groß. Das Highlight an diesem Set sind natürlich die Minifiguren. Wir haben Jabba mit dabei gehabt. Der hat damals eine komplett neue Bedruckung gehabt. Wichtig bei dieser Jabba Minifigur. Da gibt es eine Jabba Minifigur mit einer etwas helleren Bedruckung. Und auch mit einer etwas dunkleren Bedruckung. Wie auch immer, Bib Fortuna eine Neuauflage ist mit dabei gewesen. Han Solo in Carbonit ist mit am Start gewesen. Der hing dann da noch in Jabba's Crip ein bisschen rum. Die Oola, eine weitere Twi'lek Tänzerin. Ein neuer Mold für die Gamorrean Guards, der wesentlich besser ausgesehen hat als der letzte Mold. Natürlich der einfarbig gewesen ist. So wie dann Busch bzw. Leia. Dann noch einmal Chewbacca. Und einen Booma Mönch. Den könnt ihr euch natürlich auch nachbauen. Und dann auch noch Salacious Crump. Das sind jetzt quasi die Minifiguren-Highlights hier an diesem Set. Den Palast an sich finde ich jetzt für 140 Euro nicht wirklich ansprechend. Dazu habe ich auch schon mal ein Review gemacht. Also falls euch das interessiert, guckt dort auch gerne nochmal im Detail vorbei. Und es gab auch noch eine Weiterentwicklung des A-Wing Starfighters, die mir auch schon sehr teuer vorgekommen ist. Ich sage es ehrlich, Star Wars ist gefühlt nicht unbedingt jetzt teurer geworden. Es war schon immer teuer, um es mal so zu sagen. Wie auch immer, dieser A-Wing Starfighter hatte dann einen neuen A-Wing-Piloten mit dabei. Han Solo. Und auch nochmal eine Neuauflage von Admiral Akbar. Das war eine wirklich schöne Minifigur, die jetzt mal außerhalb von diesem Kreuzer zu bekommen damals. Ihr konntet bei dem A-Wing Starfighter auch wieder hinten den Antrieb quasi austauschen. Ihr hattet verschiedene Missiles an den Seiten dran. Und unten konntet ihr auch noch den Standfluss ein- und ausklappen. In 2013 ist dann auch noch eine Erweiterung zu Jabba's Palast erschienen. Das hier ist das Rancor Pit. Ich sage es wieder, das war damals auch unglaublich teuer für 70 Euro. Einfach vollkommen außer Reichweite für mich persönlich. Und vor allen Dingen auch hat sich nicht gelohnt für 70 Euro dieses Ding zu kaufen. Ihr hattet halt einmal unten diesen Standfuß quasi mit dabei, den ihr unter Jabba's Palast nochmal setzen konntet. Dann ist Luke halt durch die Falltüre da unten reingefallen. Das war schon ganz cool zum Spielen, aber hat mich jetzt persönlich damals nicht so gereizt, um es mal ehrlich zu sagen. Cool ist natürlich die Rancor-Figur gewesen, die hier mit am Start ist. Die ist bis heute auch noch exklusiv in diesem Set und auch einiges wert inzwischen. Die hätte ich tatsächlich auch endlich mal sehr, sehr gerne. Hier ist auch noch einmal Luke am Start gewesen, sowie dann Malakili, ein weiterer Gamorrean Guard und auch nochmal ein Skelett. Das zählt auch nochmal als Minifigur. Und um die Episode 6 Welle, die damals erschienen ist, in 2013 dann noch abzuschließen, hat Lego auch noch einmal die Sail Barge von Jabba herausgebracht. Die ich auch wirklich gerne mag. Habe ich damals auch mit bunten Steinen tatsächlich nachgebaut. Für 120 Euro ist die damals erschienen. Wieder dann mit der Jabba-Figur mit dabei. Mit der letzten Prinzessin Leia-Sklaven-Variante, die wir jemals bekommen haben. Wahrscheinlich, laut den Gerüchten, wird es auch nie wieder eine Sklaven-Variante von Leia Organa geben. Aber das gehört jetzt, das sprengt dieses Video. Es ist auch noch einmal Max Rebo, der Musikant mit dabei, dieser blaue Elefant. Und dann auch nochmal einmal Reyes, das ist der mit den drei Augen. Ein weiterer We-Wave-Pirat und auch nochmal R2-D2. Und die Sail Barge an sich könnt ihr vollkommen ausklappen. Da ist vorne eine Kanone drin, die Segel sind mit dabei. Ich mag beide Modelle der Sail Barge gerne. Das eine haben wir ja vorhin schon gesehen. Wenn ich mich jetzt aber entscheiden müsste, dann würde ich eher das erste Modell der Sail Barge nehmen. Weiteres Polybag ist dann in 2014 erschienen. Das Imperial Shuttle hier dann mit dem Hintergrund von Endor und der Schlüssel. Ja, dieses Polybag hat auch im Jahr 2021 eine Neuauflage bekommen. Ein Set, welches noch nicht neu aufgelegt wurde, ist der B-Wing. Auch das Set mag ich überraschend gerne. Kam mir zwar auch immer teuer vor für die 60 Euro UVP, die Lego dafür verlangt hat. Hat aber dann die Funktion gehabt, ihr konntet es ausklappen an den Seiten. Hier waren dann auch wieder drei exklusive Minifiguren mit dabei, die nur in diesem Set bis heute erhältlich sind. Und es ist natürlich auch ein sehr, sehr cooles Schiff, muss ich schon sagen. Und es ist dann auch nochmal ein Polybag erschienen in 2015, der A-Wing Starfighter. Hier oben dann mit dem Rebels-Design. Rebels ist damals in 2015 das erste Mal erschienen. Und ich habe es vielleicht schon diverse Male gesagt, aber die 75093, das Death Star Final Duel, ist mir damals sehr, sehr suspekt gewesen. Und deshalb habe ich mich auch nicht gefreut, als damals das Remake in 2020 erschienen ist. Wie auch immer, das hier ist der Thronsaal von Palpatine. Luke mit dabei, Vader mit dabei und auch nochmal einmal Palpatine. Das Coole an diesem Set ist damals gewesen, dass Vader diesen komplett neuen Helm bekommen hat. Das war damals was echt Seltenes. Und ich muss schon sagen, der Helm war schon cool, als er damals eingeführt wurde, obwohl ich den alten Helm immer noch bevorzuge. Ja, war das ein cooler Schritt von Lego. So, der Thronsaal an sich war mir nie die 90 Euro wert, die jetzt da Lego für verlangt hat. Vielleicht für den einen oder anderen zum Spielen. Ich denke, dass sich sowas schnell auslutscht und genauso hat damals auch mein Kindheits-Ich gedacht. Und deshalb habe ich es auch nicht gekauft. Bei dem nächsten Set hätte ich mir aber dann doch gefünscht, dass Lego es so in der Form nochmal wiederbringen würde. Und zwar ist es die 75094, das Imperial Shuttle. Also, das Shuttle finde ich tatsächlich wesentlich besser, als das ist 2021. Aber gut, da kommen wir später noch zu. Hier haben wir die verschiedenen Endor-Varianten von Leia und Han mit dabei. So wie dann auch noch zwei Endor-Trooper. Bei dem einen gehen viele davon aus, dass es sich um Captain Rex handelt. Nur halt in etwas älterer Form. Ehrlich gesagt denke ich das auch so. Und für mich ist es auch noch eine weitere Captain Rex-Figur gewesen. Ihr hattet hier damals noch so eine Einstiegsrampe mit dabei. Zwei richtige Landefüße für die Fähre. Ein wirklich schönes Cockpit. Das ist ja bei dem neueren Schiff nicht so ganz. Und hier ist auch noch ein relativ großer und begehbarer Innenraum dabei gewesen. Und wo wir gerade von teuren Lego-Sets sprechen. Ich weiß, ich mecker viel über den Preis. Aber damals als Kind war es einfach super nervig, wenn man sich sowas nicht leisten konnte. Das nächste Desert-Skiff, ihr wisst, das letzte hat 30 Euro gekostet. Das hier kostet jetzt 40 Euro. Und die Minifiguren-Auswahl ist ja dann einfach nochmal ein bisschen lamer geworden. Hier war dann Han Solo mit dabei. Hier war dann Chewbacca mit dabei. Zwar nochmal Boba Fett und auch noch ein weiterer Pirat. Aber ich muss sagen, die Variante von Lando Calrissian fand ich dann doch ein bisschen ansprechender. Und hier ist dann halt auch nochmal das Desert-Skiff am Start gewesen. Und auch nochmal das Sarlacc-Pit. Also 10 Euro innerhalb von den paar Jahren, die da dazwischen liegen. Finde ich schon heftig und war damals auch, ehrlich gesagt, viel zu viel für so ein paar Steine, die hier am Start gewesen sind. Aber meines Erachtens noch schlimmer gewesen ist der A-Wing Starfighter. Die 75175. Lustigerweise der große A-Wing Starfighter hat die 75275. Kleines Easter Egg, falls euch sowas interessiert. Dieser ist damals exklusiv bei bestimmten Partnern gewesen, wie zum Beispiel Toys R Us. Hatte drei Minifiguren mit dabei. Zwei davon sind bis heute tatsächlich auch immer noch exklusiv in diesem Set. Nur erhältlich. Und hat sage und schreibe 50 Euro gekostet. Also da habe ich echt damals dreimal schlucken müssen, als ich das gehört habe. Ich habe das Set bis heute auch noch nicht gekauft. Und werde es, glaube ich, auch nie wirklich kaufen. Weil mir 50 Euro für einen A-Wing Starfighter, gerade im Vergleich zum 30 Euro A-Wing Starfighter vom letzten Mal wesentlich zu viel gewesen sind. Wie auch immer. Ich muss sagen, er sieht natürlich auch schon gut aus. Das kann man nicht anders sagen. Dann gab es auch noch einen kleinen Versuch von Lego in das Action Battle einzusteigen. Da habt ihr solche federgeladenen Shooter am Start gehabt. Und konntet dann mit diesem federgeladenen Shooter solche einzelnen Speeder oder Bäume auseinanderfegen. Hier jetzt speziell auf Endor. Das Coole an diesem Set, beziehungsweise gleichzeitig auch das Fiese an diesem Set ist gewesen, dass Lego hier einen Scout Trooper mit reingelegt hat. Und diesen Scout Trooper einen neuen Helm spendiert hat. Ein Dual Molded Helm. Das heißt, bestehend aus zwei verschiedenen Farben von Plastik. Und diese Figur war ein echtes Highlight, als sie damals rausgekommen ist. Ist bis heute auch noch eine wunderschöne Figur. Ist jetzt in weiteren Sets nochmal herausgekommen. War aber damals für viele ein Kaufgrund. Und der Ewok, der hier mit am Start ist, ist bis heute sogar auch noch exklusiv in diesem Set. Wir brauchen, glaube ich, gar nicht darüber zu reden, dass die 30 Euro UVP hier etwas zu teuer sind für die fast 200 Teile, die hier nur mit dabei sind. Dann hatten wir aus der 4 Plus Reihe, die ist damals auch in 2019 neu gewesen, den Rebel A-Wing Starfighter. Muss ich sagen, für 15 Euro mit bedruckten Teilen, so für Kinder zum Spielen, lasse ich das vielleicht noch gerade so durchgehen. Es ist hier auch noch eine C3-PO Minifigur mit dabei gewesen, sowie eine weitere A-Wing-Piloten-Minifigur. Die Pilot-Minifigur habt ihr ja gerade schon aus dem großen A-Wing vielleicht gesehen. Lustig finde ich jetzt hier, dass C3-PO seinen Job als Fluglotse übernommen hat. Wir haben es gerade schon angesprochen. Hier ist es jetzt, die 75291 des Death Star Duel, das Remake, um genau zu sein. Für 100 Euro, also 10 Euro als das letzte Set, sieht man hier definitiv ein paar Upgrades an diesem Set. Ihr könnt sehen, diese Monitore sind zum Beispiel neu. Vorne der Eingangsbereich ist ein bisschen anders gestaltet. Die einzelnen, dieser Schacht, in den Palpatine dann reinfällt, hat jetzt einmal die Seite gewechselt. Man kann definitiv sehen, dass sich das weiterentwickelt hat. Dennoch bin ich sehr, sehr enttäuscht von Lego gewesen, dass sie damals dieses Set nochmal noch aufgelegt haben. Ich meine, das alte Set hat man immer noch sehr günstig auf Ebay bekommen. Wie auch immer, hier ist der Emperor mit einem neuen Kapuzenteil mit am Start gewesen. Dieser Emperor kommt demnächst auch nochmal in einem weiteren Lego Magazin. Deshalb ist er dann auch nicht mehr exklusiv in diesem Set. Zwei weitere Imperial Guards sind mit am Start gewesen, so wie Luke. Und dann auch noch eine neue Variante von Vader. Wieder ein neuer Vader. Hier ist es damals neu gewesen, dass Lego die Arme bedruckt hat. Und Gott, oh Gott. Also wirklich, ihr wisst, ich komme aus den USA, also den United States of Arm Print. Das ist wirklich Volksfeiertag gewesen, als Lego diese Figur der Welt präsentiert hat. Ich freue mich immer noch sehr über diese Figur. Dann haben wir hier ein Remake des Imperial Shuttle Polybags. Das ist jetzt auch in 2021 erschienen. Hat 85 Teile mit dabei und ist halt auch so zum Ausklappen. Sieht eigentlich fast besser aus als das große Spielset, welches jetzt ebenfalls in 2021 erschienen ist. Auch dazu habe ich schon ein ausführliches Review gemacht. Es ist definitiv ein Downgrade zu dem letzten Imperial Shuttle, welches es gegeben hat. Alleine diese Schnauze oder dieser Knochen, der da unten rausguckt bei dem Shuttle. Dann das Cockpit, das ein bisschen strange aussieht. Die Laderampe ist hier weg. Der Innenraum ist wesentlich kleiner. Es sind jetzt hier nur noch drei Minifiguren mit dabei, anstatt den fünf Minifiguren aus dem letzten Set. Und es ist auch so, dass Vader hier keinen Arm Print mehr hat. Im letzten Set, was ihr gerade gesehen habt, hatte er dann wieder einen Arm Print. Und die Endor-Minifiguren, die jetzt in dem anderen Shuttle immer noch exklusiv sind, bis heute, ja, die können die Figuren-Auswahl hier locker in die Tasche stecken. Und was ihr euch jetzt auch noch in die Tasche stecken könnt, das ist ein weiteres Video, und zwar zu allen Lego Star Wars Sets zu Episode 7. Da habe ich auch schon ein Video gemacht. Oder eine andere Episode eurer Wahl. Hier findet ihr die komplette Playlist. Wenn ihr die komplett durchgesehen habt, dann habt ihr irgendwann jedes einzelne Lego Star Wars Set gesehen, welches es jemals gegeben hat. Ich wünsche euch damit ganz viel Spaß. Lasst einen Daumen nach oben da und ciao, ciao.